Servo, Sonome 3, herzlich willkommen zurück zu Tom Piercer 2. Da müssen wir lang, ne? Genau. Wir müssen aber jetzt erstmal... Ich hab's gewusst. Schießt ihm schon den Arsch und dann... Die Leute haben ihn zu tragen, da ist alle rotzfrisch. Hier aus dem Schuttberg. Gucken wir mal hier drüben rum. Wir müssten, glaube ich, noch in unsere zwei Räume kommen, ne? Ja, moin. Hm. Gelder dabei. Der letzter Löhne, oder was? Hallo? Okay. Hm. Ist... Sehr dünnisch. Ja, also... Hat dir nix gebracht, Bart? Zoll-Munition, Flint-Munition. Klopapier, Pistole-Munition, Flint-Munition. Dann Schocki und ne... Schallblatt, okay. Trinken und... Pistole-Munie. Pit, 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 Pistole-Munie. Pistole. So, da haben wir alles gefunden, war E-Raum. Dann geht's jetzt auf... Zum... Letzten. Und wahrscheinlicherweise zu nem Boss-Kampf. Wo müssen wir jetzt lang? Du bist da lang, ne? Wir gehen nochmal hier rein. Hier war ja ne Karte, ne? Also, wir sind jetzt... Da. Und... Da ist der Boss-Kampf. Warum ich da drauf schieße? Weiß ich nicht. Ich hab ein Fahnenkreuz. Da wird der Boss-Kampf sein. Deutet... Da geht's wahrscheinlich wieder hoch. Und da geht's dann wieder ganz hoch. Weil das Grüne ist das... Grounded Floor. Erstes Floor. Und zweiter Floor. Water. Warum haben die Wasser eingetragen? Wenn die wissen, dass da... Keine Ahnung. Bald. Room. No matter. Also das heißt, hier haben wir nochmal einen Haufen Arschlöcher. Und hier wird ein Busfight stattfinden. Garantiert. Na dann los. Also mit E-Magazin kannst du schon echt was bewirken, ne? Leckere Fischdose. So. Das letzte Magazin. Und dann noch zwei Schuss. Hier ist eine Kreuzung. Okay, das... Ach, das ist eine Kreuzung gewesen. Kein... Ich dachte, das wäre hier... Ich dachte, das wäre hier Dings gewesen. Ich hab mich gerade gewundert. Hey, eine Kreuzung. War da irgendwie eine Unterführung oder sowas? War da wSein! War da wSein ist ohne. War da w Nearly five Jahre alt. War da wSein kommt Und dann ist auch in der Tiefe als Iwle gesagt. War da wSein! ok Chips hat er fallen lassen die hat er sich rechtlich schmecken lassen so wie es aussieht erst nicht weiter sind wir an der position dann gehen wir weiter verzeihung wenn man so ein bisschen Krippe hat dann sollte man nichts süßes saufen jetzt mit so mitgekriegt so wir sind von da gekommen ja ja genau hier sind die zwei rausgekommen also Klopapier und Wasser wir sind von da gekommen hier sind die zwei gekommen also die halten enorm viel aus wenn die den auf den körper schießt die Pilzbitches Mist Survival würde ich auch immer gerne wieder spielen da war ich mal ein stück zurückschwerden im Spanisch immer noch 14 Granaten nicht so Klopapier dass sie alle Klopapier dabei haben ich frag mich wie lange das Spiel noch ist geht bei dem muss ich echt vorsichtiger schießen blöde Sau du so so jetzt tun wir uns erstmal re-healing 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 reloaden würde ich sagen ne völlig kapital so und damit sind wir glaube ich jetzt dort angekommen wo der Bossfight stattfinden könnte so 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 ym so so dann so 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 Also, ich würde ja noch feiern, eine Dings-Taste, dass du das wirklich selbstständig einstellen kannst, wie Ähnliches und Mehrschutz, weißt du. Aber jetzt kommt ja noch der Tunnel, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Hallo. Okay. Stone-Bunny. Oh. Exklusionsschäumen 2000 Max. C4. Das heißt eigentlich, jetzt im Tunnel müssten noch welches sein, ne? Das haben wir ja immer gehört, so. Das könnte ja ein Tunnel gewesen sein, der. Schließen bleiben, du Före. Also, ich denke, wir werden nur noch Munition für die AK herstellen, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Momentan. Sicher, sicher. Das letzte Mal haben wir echt spät gespeichert. Der Före wäre perfekt, um die Blockade aus dem Weg zu räumen. Das ist ein Tunnel. schon sind wo kommt die blockade eigentlich her bis ja allerdings eingestürzt sein hier haben wir noch einen unbekannten zombie keine ahnung was das für einer ist und hier haben wir auch noch einen unbekannten zombie das sieht irgendwie ganz komisch aus also zwei sind noch übrig die wir machen müssen ich glaube es ist ein standard zu mir von früher und das hier ist noch irgendwie ein endgegner weil das hier ist vielen arbeiter zu mir das ist der entgegner gewesen nach der ansteckung bricht die armee arme was bricht die arme gräß das ist eine frau gräß vom hunger getrieben in einem hastigen umzäunten stützpunkt rund um den örtlichen supermarkt ein und der geht und geht hart gegen die einheimischen vor anschließend bildet sich eine bande aus ihnen und beginnt instinktiv den ehemaligen laden zu bewachen wobei sie jeden tötet der versucht ihr vorwärts zu stehlen fähigkeit kurz sprints auf den spieler mit einem fähigkeit schlagen mit einer fähigkeit schlagen nach eben sie 50 prozent ihrer gesundheit verloren hatte schützt sie sich auf die nächsten zombies frisst die frisst deren kopf und stellt 25 prozent ihrer gesundheit wieder her okay dann wird das hier ohne ein boss sein nach zermi mit axt es gibt zwei verschiedene von denen okay cool zermi coach weiter zermi standard zermi zermi magler zermi krankenschwester unbekannt dann alles weg tut tut alles weg kamerad tut mir leid wir sind raus jetzt noch was oder was das für den blende ich guck gerade hässlich noch ich glaube das war's mit dem level jetzt geht es woanders ich hoffe ich hoffe ich boah dieses geräusch ne das war so nervtötend Eine Zugfahrt, die ist lustig. Wie viel? Bis bald wird er tanken. Das nächste Level wird bestimmt ein Tanklevel. Oh. 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 Jetzt fehlt eigentlich bloß eine riesengroße Brücke. Oh. 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 Ich seh noch nichts. Nein. Die Mackay Treibstoff abgezogen. Ich rede von einer Brücke und da kommt einer oder was? Oder ist es noch ein Tunnel? Nein, es ist eine Brücke. Ich kenne aber nichts, wie irgendwo was ist. Das ist eine Brücke. Ja. Ob er jetzt einer Dojo? Oh, was ist das jetzt für eine Vision? Was ist der Tor? Der Tor geht mir theoretisch auf den Sack. Ich versuche ja was zu entdecken, aber ich seh nicht. Es wäre unfair, wenn jetzt wirklich hier noch irgendwo was wäre. Weißt du das? Es wäre echt unfair, weil du hast ja auch kein Anhaltsprodukt. Irgendwas ist... Das ist nur ein mysteriöses Felsen hier, der irgendwie ganz anders aussieht als alle anderen. Das ist nur ein deutsches Felsen hier. Das ist eine gute Sache. Das ist nur ein wenig. Wir gehen jetzt. Jetzt bin ich. Wir kommen jetzt an. Alter, ich hasse das. Ich müsste da überhaupt pennen, aber irgendwie. Am folgenden müssen wir schon mal machen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020